Auf der Insel Nozibé, die zu Madagaskar gehört, haben wir unsere Basisstation im wunderschönen Ampuraha Resort. Unser Tagesausflug über die Insel fängt ja schon toll an, mit einer Panne, was bei diesen Strassenverhältnissen überhaupt nicht verwundert. Wir besuchen die Inselhauptstadt Hellwil, wo der Markt unser Ziel ist. Die Krabben tun mir unendlich leid, weniger die Chili- und Vanilleschoten, die an der Sonne trocknen. Am Hafen von Hellwil herrscht reges Treiben. Wir fahren weiter, kommen an madagaskischer Dorfidylle vorbei und treffen auf ein Haus, dass er ein Baum ist. Orchideen und Ylang-Ylang, welche zur Parfumherstellung verwendet werden, sowie einige Tiere erwarten uns im Naturpark Lemuria-Land. Eine ganz andere, eine ehrfürchtige Atmosphäre wirkt auf den Besucher des heiligen Baumes ein. Er ist etwas ausserhalb von Hellwil in einem Fischerdorf zu finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jahrwil. 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 Jahrwil.